So, da sind wir wieder in dieser Mission hier. Ich muss mal was probieren, ob ich auch hier... So, da sind die Icos. So. Und die stehen auch hier, festzackern. Nice. Da mache ich nämlich noch ein paar Wäsche dahin. So ein... Und dann noch so ein Knochen. Weil diese ständigen Überfälle da sind ultra nervig. Und so habe ich einen sicheren Zurückfallpunkt hier. Und ich habe immer noch genug Seelen, um meine Ami zu verstärken. Ah, okay. Mir fehlt noch so ein... Ein Mahlerohr. So, ich würde sagen... Wir machen noch Trolle. Oh, da reicht eigentlich noch ein Knochen. Ich glaube mit, dass der noch da groß Widerstand leisten wird. Es kann halt immer passieren, dass ich Pech habe. Wenn ich ganz weit weg bin, irgendwo da hinten. Und dann trifft mich da dieser Vulkan. Dass ich das dann nicht mehr wiederkriege, was ich da verloren habe. Das kann immer passieren. Das fand ich eh so krass. Ich habe echt die Fürstchen gehabt, dass alles weg ist. Nicht schön sowas. Was steht hier bitte hier? Ich Marc, ich muss mal gucken, ich bin auf dir. Was ist der Hallo? Das ist doch irgendwie ein 친구... Oh, da kommt er hier. Ah, okay, das war ich. Was? Ah, die zwei habe ich schon nicht gemacht. Gut. Äh, warte mal. Ach ne, das ist mir ein Zau. Ich dachte, dann würde ich gerade einen Vokan um den bekommen. Oh, hier habe ich was für dich. Mist, Charlie. Oh, jetzt ist er fast tot. Das ist staunlich für die Auszeiten. Da ist ein Icarus gestorben. Alter, was sterben die denn so krass schnell? Oh, was kämpfen die da hinten? Bleib hier. Den ganzen Icarusse. Die sind alle tot. Und die Kamera hier manchmal. Was hat denn so viel Schaden gemacht, ey? Die Trolle sind halb tot. Also die Hälfte meiner Trolle ist tot. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob wir die selber einsetzen. Aber ich glaube schon, ich bin nicht ganz sicher. Kann sein, ich das eigentlich micromanagen müsste. Ich muss mich dann mal genauer informieren. Das Spell ist nicht bereit. Und das ist nicht das kaum zu tun. Wöch, ich bin der Nasserschörn. Ich bin der Nasserschörn. Wöch! Wenn du etwas angestellst, dann bislangst. Und du kannst mir das nicht. Du kannst mal 1. Du bist Gruppe 1. Du bist Gruppe 2. Mm. mein König? Wämt dich auf Bedeutung. Du bist Gruppe 3. Du bist Gruppe 4. Will der denn da oben zu seinem Schrein? Puh, ich denke, hier setze ich auch noch einen Iker raus oder sowas aus, und mal gucken. Dann dauert es mir so ein bisschen länger, bis wir das übernommen haben. Puh, ich denke, hier geht's. Puh, ich denke, hier geht's. Puh, ich denke, hier geht's. Now, where did I put Garry? Great idea! Oh Mann ey. Ich habe echt Angst, dass das nochmal genau unternehmen kommt. Jetzt kann man das ganze Spiel versauen, vielleicht mal gespeichern. Vulkan. Vulkan. Moment mal. Mein Handy springt ab, komm. Vulkan. Oh Mann. Oh. Hierophoria! Deine Wälder sind unterteck. Invalid target. Invalid target. Deine Wälder sind sterben. Die sterben, die denn so schnell da. Ich bin überhaupt gestorben. Oh, schon wieder eine Dreierseelen. Einheit. So. Seine Wälder sind afloat. Deine Wälder sind unterteckend. So. Das ist so krass hier hinter, Lupe Tina. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, er hat mir alles zufrieden. Neue Wälder sind da. Der Kapitel. Kroze. Ich bin mal gestorben. Das ist sehr schön. Auch. Ich bin glücklich in das. Ich habe hier noch ein Fliesion. Ich bin noch ein Fliesion. Ist ja ein Fliesion. Ich bin nämlich ein Fliesion. Das ist noch ein paar Gammel-Einheiten hier. Das ist noch ein paar Gammel-Einheiten hier. Mhm. Oh nein. Ich bin gerade am Kasten. Hui. Oh, wie zeitig, dass der platt macht da hinten, ey. Enemies sighted. Deine Kreaturen sind unter Attacken. 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 Das macht es für Ole Mr. Dynamo. Wir hoffen, dass sie nicht die Ressourcen haben, um noch eine andere bauen zu können. Wow! Ich bin froh, dass ich die Quest endlich geschafft habe. Aber hoffen, dass es jetzt nur eine kurze, zu weite Folge dieser Quest wird. Mal sehen, ich kann ein bisschen was anhängen von den Göttergelaber da. Als die Zeit weitergeht, die Situation war mehr und mehr schrecklich. Ich war nicht näher, um die Marduk zu verdienen. Und die Tensions zwischen den Göttern haben sich viel deeper. Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Dynamo-Prototypen getötet. Aber rest assured, ich kann und werde mehr machen. Ich werde dich zerbrechen! Taka ist günstig und ich habe nicht genug von deinem heißen Luft geholfen. Alles klar. Schade. Ich hätte vielleicht noch gerne Persephone und Stratus was gemacht hier. Was denn? Lass dich so einstellen. Du musst doch echt vorsichtig sein. Na gut. Wie sauer er ist auch. Mann, 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 Mann. Dabei waren wir auf meiner Seite. Wir haben nichts gesagt eben. Ach ja. Schauen wir mal. Ich guck mal, was es jetzt beim James gibt als nächstes. Ich glaub, Jabberwocky heißt das Vieh. Ne, doch nicht. Es gibt die Artillerie. Bzw. ne, ihr kriegt einen Sniper. Der, der Boulder-Dash. Okay, das klingt interessant. Ähm. Ja, reden wir noch mit dem James. Das klingt nach einem vernünftigen Plan, aber den werde ich erst wahrscheinlich in der nächsten Folge vollstrecken. Ich weiß nicht, ob ich das Projekt fortsetzen werde, aber es macht schon eigentlich Spaß. Problem ist halt, es sind halt so Sachen wie eben. In der Mission ist auf einmal ein Vulkan und ein Missport. Da verliert schnell die Lust. Auch mal gucken. Bisher ist es noch ziemlich geil. Also, man sieht sich bei der nächsten Folge. Es müsste für mich eine nächsten Woche sein. Naja. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.